Laufen, Oberndorf How to overcome this influential border? Once it was one big city. However, on the 1st of May 1816 they split it. For this reason both get an independent city and the river Salzach became the border. Oberndorf got a part of Salzburg and Laufen stayed at the Kingdom of Bavaria. This border separated a lot of families quasi overnight. Now inhabitants needed special documents to enter the other city. Today we met the culture instructor from Laufen, Stefan Feiler. He was in favor of answering us some questions. Vor 200 Jahren war der Laufen in zwei Teile getrennt. Welche Auswirkungen gab es damals für die Familien bzw. für die Bewohner? Eine unsägliche Konstellation für die Familien damals. Es war ja eine Stadt. Oberndorf in der Form war ja ein Teil von Laufen. Und das sieht man einfach mal wieder, was passieren kann, wenn am grünen Tisch einfach irgendwelche Linien gezogen werden, ohne Rücksicht auf die örtliche Bevölkerung. Die sind dann die Leidtragenden. Und gibt es heute trotz der Grenze noch Verbindungen zwischen Oberndorf und Laufen? Natürlich. Also die Verbindungen sind heute, ich möchte fast sagen, wieder intensiver denn je. Heute merkt man es vielleicht an dem 1% unterschiedlicher Mehrwertsteuer und an dem, dass manche kulinarischen Produkte diesseits und jenseits der Grenze ein bisschen anders schmecken. Den Eindruck habe ich manchmal. Aber egal ob Kleidung oder Artikel des täglichen Gebrauchs oder natürlich auch das menschliche Miteinander, da sind ja eigentlich keine nennenswerten Grenzen mehr. Man geht feiern diesseits und jenseits der Grenze. Die jungen Leute gehen fort diesseits und jenseits der Grenze. Die Überwindung der Grenze wird überhaupt nicht mehr als solches wahrgenommen. Es ist geradezu selbstverständlich, dass man meinetwegen in Laufen wohnt und in Österreich, also sprich in Oberndorf, zur Schule geht oder arbeitet oder umgekehrt. Also da sind die Grenzen eigentlich in der Form nicht mehr existent. So this is the way how the inhabitants handle with the border between Laufen and Oberndorf. Even if you try to break a community with a border, their hearts will always stick together. We are the ones that we know in the world. Have a great day. Bye! 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 Untertitelung des ZDF, 2020